Das sah ein bisschen aus wie das E-Team. Ja, so ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, jetzt nehmen wir den Belgier auseinander, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, nimm mal den Wagen hier, ne? Ja, frage du, ich hab kein Wort mehr zu fragen. Radiosender, aus. So. Ah, was war das denn? Den hab ich gar nicht gesehen. Ja. Das war's ja auch vorhin. Ey, jetzt schießen die Idioten schon mal. Sohn, we make sure the loading dock is clear, they'll drive it in. Was? Boah, Glitch-Party. Ja? Hm, das war mir gar nicht. Du bist gerade irgendwie durch den Parken, das Auto gefahren, das ist weggeglich, da waren wir auf dem Wasser, dann ist es über den Straßenglitch. Also ich fahr ganz normal. Ja, das ist bei mir auch so. Und dann siehst du mich immer woanders herfahren. Das voll komisch. Alter. Möööö. Ich hab hier die Stange erledigt. Ich will immer F, ich will immer F drücken, ey, ich seit ILAND. Okay. Jetzt los. Wir sind Sniper. Ich hätte mal vorher einkaufen sollen im Waffenstore. Ich hab noch genug. Oh, oh. Gas lag. Wie ghastly. Ich habe in so eine Gascontainer geschossen. Ach passiert nichts. Und dann kam Feuer raus. Oh, ich habe gerade einen Passanten erschossen. So, headshot. Junge! Was denn? Woah! Was denn? Ich hätte ja nur eine Granate herfliegen. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Nee, die kam nur aus deine Richtung. Ich habe keine Granaten. Nee, 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 nee. Die ich doch nie machen. Kennst du doch aus Dead Island? Hm. Wo kommt der denn her? Ich habe die Taste gedrückt. Gib der mir voll. Hilfe! Hilfe! Ja, ich bin tot. Nein, doch nicht. Oh, ich bin gleich tot. Oh! Ich muss erstmal in Sicherheit hier. Ja, leck mich! Nein! Boah! Ey, der Typ ist wütend. Der ist verdammt wütend. Das passiert nichts mit dem Gasleck. Ist voll hochgegangen. Ja, siehste. Sag ich doch. Ja, haha. Wo soll denn? Ey, lass mal ein Auto in Ruhe. Ne, ist noch keiner. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oha, oh. PERR dattaste. Ha, 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 ha. Und jetzt nachladen. Ohoh! Und jetzt nachladen! Für, 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 ja, Wa. Jawoll, jetzt war ich dich platt! Friss das. Ich hätte gedacht, er hätte eine Granate in sein Maul gestopft. Nicht, dass ich das schon mal gesehen hätte. Ja, jetzt müssen wir wohin denn? Für den Truck, was ist er denn mit dem... ach so. Warum haben wir das nicht gewartet, bis wir uns töten? Kann der ganze Mal, der kann da nicht echt nur mal hochspringen? Jetzt sind auch hier rein, ne? Okay. Ruf für den Aufzug. Sagt getan. Oh, 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 oh! Achtung! Shit! Ey, du raschst hier auch durch. Ey! Was ist das denn? Es hat mir fast auf Leben gekostet, weil das voll... Ich hab auf den Zugang ab F gedrückt, spring ja durch den durch. Oh, 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 oh. ich weiß gar nicht wo ich bin ich mag die nicht auch mehr der war nicht schlecht ich mag die nicht ach schuldigung das kommt wieder so ein dicken glaube ich nein habe ich so im urin ich auch und wahrscheinlich nur mit dem flammenwerfer scheiße wow warte schnell weg Prozent und er verfolgt mich ist immer noch nicht ich drehe mich nicht um ist er auch hinter mir ne nicht mehr das drüben Alter was will der von mir Alter das wird das 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 ist ich bin dabei in der abzuschießen aber irgendwie wenn er nicht sterben nein ich glaube den müssen wir hinten auf den Tank ja die Schwachstelle ja hat sich erledigt du hast mich gekriegt die Treppen die Treppen die Treppen die 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 Treppen die Schöpfe ich muss welch mal Granaten kaufen Alter nein der ist tot mein Schutzschild ist tot der Fixer hat den Flammenwerfer wer von dir geht Boah boah die Regeneration ist immer noch zu lange Ja. Ach, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Ich bin meinen geilen grünen Sneakers. Was ist das? Was ist das? Die Kopie sind falsch. Sie haben meine Brawn, aber nicht meine Braine. Ich kann dir helfen. Der letzte Mal ein grossartiger Typ sagte, dass er mir helfen konnte, hat er nicht gut funktioniert. Wie kann er es tun? Es sind die Wörter und schnitzen ihn sicher. Ich glaube, ich bin immer stark genug zu töten Philippe. Die Klamotten ist immer Zeit. Oh Gott, Alter. Ach, Alter. Jetzt haben wir hier einen nackten Mann hinter uns drin, Alter. Ja, du warst auch vorher nackt. Das war was anderes. Ich habe auch einen ästhetischen Körper. Das war was anderes. Ja. Und eher ein Bügelbrett, Alter. Was? Was? Wohin jetzt? Wohin jetzt? Guck mal, Alter. Sind Sie offen? Natürlich nicht. Ich weiß nichts, wofür man sich schämt. Hey, wohin? Hier. Ach, andere Seite. Das ist ein bisschen schwer mit dem Gasbrenner hier. Hey, du kannst aber trotzdem springen. Ja, ja, aber das ist trotzdem. Oleg. Aber reich die Tür ein. Ach, das ist ein Ding schwer. Ach, das ist dieser Turm hier. Ach, ich verstehe. Was? 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 Was hat das jetzt für einen Sinn, was wir hier gemacht haben? Der fährt doch nach unten mit dem... Ja, ja. Klar, aber... Warum haben wir uns hier drangehangelt? Weil wir hoffen, dass das runterfällt, glaube ich. Ja, aber... Ey, meine Schuhe irritieren mich gerade. Ich will ganz auf meine Schuhe schießen. Oh Gott! Oh Gott! Scheiße! Wir fallen! Boah! Weeeee! Ähm, das ist aber keiner von unseren, ne? Schieß! Schieß! Boah, Glück ab! Boah! 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 Ich stehe auf den... Hahaha! Hahaha! Ach ja, herrlich! Hahaha! Okay, was machen wir? Der Chef für die Bombe! ach so du hast nur bargeld bonus gelesen ich verstehe was denn ehrlich steht aber was meinst du denn das gebäude zerstören oder bildung ich habe schon gut ich habe aber nichts vom bargeld bonus gelesen also das antwortet's to what is the sort of kippen we're gonna have to do something about mission schön Bonus Bargeld und Leiter Oleg kann ich begleiter rufen mit einem Koop spielt nie der ganze jaja sollten wir vielleicht das öfter mal machen dann verrecken wir auch nicht so ja das das ist wahr der Kackbohnt krass wie kein Kackbohnt ich bin kein Kackbohnt